hallo welt glaube ich ja ich nehme heute auf mit meinem brandneuen original wiko handy ich gucke mal ob das zoom hat ja es hat zoom geiler scheiß ja die beiden sind das wisst ihr nicht aber ihr dürft es raten so worum geht es heute in diesem video dass kein neues handy hat ein altes handy von seppi und wir gucken astrix und obelix und essen das leckeres und ich hoffe die qualität ist euch genehm die haben die zeit umgestellt und die haben meine leser auch nicht gefragt ob sie das dürfen eigentlich sitzt 23 34 und wir essen frühstück ohne erlaubnis was essen wir denn zum frühstück wir essen etwas ganz 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 leckeres für mich ist es schon abendbrot für was ist das 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 handy an das sieht dass sie verboten als leute sehen gar nicht was das sein soll doch man sieht es ein bisschen was ist aber wenn ihr jetzt hat sich drauf gestellt wenn ihr sehen wollt genau wie das hergestellt was ist ja noch mal kanal vorbeischauen dazu gibt es videos gibt doch schon eine ist dazu bei ihm auf meinem kanal und es ist sattei geschnitten sattei ist die soße die manchen kauf ländern das ist das schnittste was man sagt dass das handy ist eine katastrophe ständig scharf aus und wenigstens noch während des drehs und brokkoli ist halt brokkoli dieses handy ist echt ne bitte scharf reis und das und den nachtisch höre ich vielleicht ein andermal ok dann verabschieden wir uns erstmal mit i love the cocks